Hallo und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer. Wir spielen die Bar Corone heute mit vollständigen Akkorden. Kommt her. Der C-Akkord. Und der G-7. Und ihr wisst, im Takt 7 und 8 spielt die linke Hand einzelne Töne. Ich spiele es euch einmal vor. Er spielt die Akkorde, ich spiele die rechte Hand. Eins, zwei, drei. Und die G-7. Die G-7. Und die einzelnen Töne. An Bord. Die G-7. Das war die Bar Corone mit Akkorden. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.